Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 2. Juli 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1036. Heute mit den folgenden Themen. Lion, iOS 15, Satoshi Hub, Covid-Zertifikat Lite, Nokia X60 und Revolut. Starten wir mal mit Lion. Lion und Mountain Lion. Lion als erstes war damals das letzte Mac OS oder damals noch OS X Betriebssystem, für welches Apple noch Geld verlangt hat. Ich glaube, am Schluss waren es irgendwas um die 30 Währungseinheiten, was sie aufgeworfen haben. Und das ist jetzt komplett frei. Das heisst, wer noch einen älteren Mac besitzt und vielleicht doch auf Lion und oder Mountain Lion upgraden möchte, der kann das jetzt kostenlos tun. Somit, ja, happy updating. Wer noch nicht hat und eben so ein Mac zur Verfügung hat und den auch noch nutzen möchte, logischerweise. Weiter geht's mit Apple iOS 15 und iPad OS 15. Und zwar die Public Beta ist da. Big, jetzt müsste eigentlich so ein grosses Miu-Miu-Alarmteil losgehen. Bitte, bitte, liebe Menschen da draussen, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene und solche, die es noch sein möchten. Wenn ihr sowas installiert, nicht auf euren Produktivsystem. Ich sage es Jahr für Jahr und immer wieder bekommen wir zahlreiche Mails mit heulenden Eltern oder auch Jugendlichen oder auch ganz alten Menschen, deren Geräte nicht mehr richtig funktionieren. Immer ein heisser ist es, sich eben solche Betas zu installieren. Vor allem, wenn man das auf dem eigenen und dem, muss nicht mal eben das Produktivgerät sein, sondern auch das Gerät sein, wo ihr mit euren normalen Apple-ID angemeldet seid etc. Denn hier kann vieles schief gehen. Ihr könnt Bilder verlieren, ihr könnt Daten verlieren und all das möchtet ihr nicht. Vor allem dann nicht drüben auf euren eben richtigen Geräten. Somit, wenn ihr es tut, macht ein Backup vorher und meldet euch da mit einer zusätzlichen oder separaten oder anderen Apple-ID an, womit ihr das Ganze dann eben richtig testen könnt. Ansonsten eben, es ist für alle jetzt da. Wer es trotzdem tun mag, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Lass es mich doch wissen. Weiter geht es mit Sateshi und da werde ich euch ein Video verlinken in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens. Denn da habe ich euch vor, ja, es ist ein knappes Jahr, schon mal von einem USB-Hub berichtet, den man unter den Mac Mini legen kann. Ein einfaches Thunderbolt-Kabel hat den ganzen angeschlossen. Dann hat man vorne ein USB-C, ein USB- oder drei USB-A-Anschlüsse, einen Klinkenstecker, einen MicroSD-Kartenslot, einen SD-Slot bekommen. Ein sehr praktisches Gadget, was ich auch gerne heute noch nutze. Der einzige Nachteil an dem Teil ist, es kann manchmal recht warm werden. Also dem Mac Mini kann es recht warm werden. Was ich damals schon vermisst habe, war vielleicht ein zusätzlicher Speicher und das hat jetzt eben Sateshi eingebaut. Denn unten dran gibt es jetzt eine kleine Öffnung, die man aufschrauben kann, wo man eine M.2 SSD integrieren kann. Mit dieser kann man dann eben, ja, mehr Speicher haben, ohne dass man einen USB-Port oder einen USB-C-Port dafür belegen muss, um eine externe Festplatte anzubringen. Finde ich toll. Muss mal schauen, ob ich mir den ein bisschen genauer anschauen werde. Die ein oder andere M.2 SSD habe ich noch rumliegen. Somit würde das auf jeden Fall gehen. In der Schweiz bekommen wir bald ein Covid-Zertifikat Lite. Wer sich bis jetzt gestört hat, dass wenn man eben mit dem Covid-Zertifikat digital, aber auch in analog beim Scannen nicht nur gesehen hat, ob gechippt oder nicht, haha, ob geimpft oder nicht, der kann das jetzt umgehen. Nämlich ab dem 12. Juni kann man beantragen ein neues Zertifikat. Das eben auf dem Namen Covid-Zertifikat Lite hört. Damit wird dann nur noch ausgegeben, ob man geimpft ist oder nicht, oder ob man es schon durchlebt hat oder nicht, eben ob man auf der sicheren Seite ist oder nicht. Aber man bekommt nicht weitere Infos, wie eben, wo das geimpft wurde, was geimpft wurde, etc. Wer also mag, gerne, kann man machen. Weiter geht es mit einer Neuigkeit aus dem Hause Nokia. Nokia, also dem ehemaligen finnischen und jetzt irgendwo in China gefertigten von HMD Global Smartphone-Hersteller, die bringen ein neues Smartphone auf den Markt. Gut, das tun sie regelmässig und fleissig. Ist nichts Neues. Das hat aber was Neues und Interessantes an sich, wie ich finde. Ist aber, so wie es ausschaut, eher und vor allem aktuell nur für den chinesischen Markt gedacht. Und jetzt könnt ihr es vielleicht schon rahnen. Ja, Nokia macht auf Huawei Harmony OS. Das heisst, als Betriebssystem kommt da nicht Android drauf, sondern das abgewandelte Harmony OS. Und das finde ich besonders spannend. Nachdem schon andere Hersteller, ich bin nicht mehr ganz sicher, wie der jetzt auch schon wieder hiess, Valve irgendwas aufgehüpft ist oder wollte, ist jetzt Nokia dran. Und ich bin gespannt, ob da noch mehr chinesische Anbieter damit aufspringen. Weil das wird dann wirklich spannend. Dann könnten wir endlich einen dritten grossen Player bekommen. Ich meine, ja, China ist riesig und dass die da dann das eigene Betriebssystem aus dem eigenen Land bevorzugen, das könnte ich mir gut vorstellen oder bevorzugen müssen, wie auch immer. Neuigkeiten gibt es auch aus dem Hause Revolut, dem Fintech-Unternehmen aus Grossbritannien, was jetzt mittlerweile irgendwo im Osten angesiedelt ist. Die haben ein Update rausgehauen mit einigen neuen Funktionen. So könnt ihr zum Beispiel ab bald schon die Banküberweisungen verfolgen. Quasi wie in einem Paket oder einem eingeschriebenen Brief. Gibt es, glaube ich, nicht bei euch in Deutschland, bei uns in der Schweiz zumindest schon. Da kann man eben sehen, wann das Geld ankommt und eben, ob es angekommen ist beim jeweiligen Endkunden oder der Gegenüber, besser gesagt. Dann gibt es auch den Revolut Shopper. Das ist eine Chrome-Erweiterung, worüber ihr in Chrome eure Einweg-Kreditkarte von Revolut hinterlegen könnt und das mittels Autofill-Funktion dann einfügen könnt. Brauche ich nicht, zum einen, weil ich kein Chrome nutze, zum anderen, weil ich das in OnePassword drin habe, aber für viele andere sicherlich definitiv spannend. Dann gibt es auch neue Ansichten der Konten. Es gibt Möglichkeiten beim Investieren von Krypto- und Rohstoffinvestments. Da wurde ein bisschen was angepasst und noch ein paar weitere kleine Details. Auch dazu Link in den Shownotes zum Nachlesen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten und somit ist auch die Woche schon wieder rum, denn wir haben ja Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Start in das Wochenende, wenn ihr frei habt, aber auch wenn ihr arbeiten müsst. Geniesst es und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.